Heute sind wir einfach mal mit Sergio im Gespräch. Er fährt viele Passagiere von seinem Campingplatz, wo er angestellt ist, inklusive seinem Taxi, zu Einkaufszentren. Ja, er hat kaum Zeit mit uns zu sprechen. Many, many people fährt er durch die Gegend, vom Campingplatz zu Einkaufszentren oder auch zu kleinen Rundfahrten rund um den Lago Maggiore. Teuer ist er nicht, deshalb funktioniert es und er fährt circa 40.000 Kilometer im Jahr für seine Gäste. Die Kinder freut es am meisten, auch die Rechtssteuerung fasziniert viele, denn er hat es im Griff hier in Italien, wo Soloso das Überholen Vorfahrt hat, kommt er mit seiner Rechtssteuerung ganz gut zurecht und kann sogar auch überholen, wie die anderen Landsleute von ihm. Ein kleiner toller Bericht und weiter so, Sergio. Så ist er nicht. Vielen Dank.